Ok, meine Top 5 der Fußballschuhe und zwar auf Platz 5 der CTA2 Majestri. Auf Platz 4 der Puma V1-10-11. Auf Platz 3 der F50 Maj-Coach. Auf Platz 2 der T90 Laser 4. Und mein Lieblingsschuh, das steht hier vorne, der Eddie Power von Adidas. Und mein Lieblingsschuh, das steht hier vorne. Und mein Lieblingsschuh, das steht hier vorne. Und mein Lieblingsschuh, das steht hier vorne. Und mein Lieblingsschuh, das steht hier vorne.